Ja, ich habe gedacht, wir müssen mal sprechen über Chat-GPT. Ist logisch, dass wir das verwenden sollten, oder nicht? Das müssen wir uns mal genauer angucken. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wie viele Entscheidungen müsst ihr, müssen sie denn so pro Tag treffen? Wenn ich mal gucke, was ich pro Tag alles an Entscheidungen treffen muss, dann ist das eine ganze Menge. Ich würde sagen, dass das locker 200 berufliche Entscheidungen sind pro Tag. Und im Privaten, was gibt man den Kindern mit zum Frühstück? Noch viel mehr. Und dann gibt es diese wunderbaren Artikel mit Titeln wie Da wird uns also versprochen, dass diese großen Sprachmodelle jetzt logische Schlüsse ziehen können. Naja, da kann man sich dann schon mal fragen, was wir damit tun können. Man liest ja überall, was Sprachmodelle können. Sie können Texte zusammenfassen. Sie können Texte analysieren. Sie können sie vergleichen. Sie können sie bewerten. Sie können, wie gesagt, logisch schließen. Und sie können uns beraten. Naja, und da wünscht man sich dann vielleicht mit den Beatles zusammen A little help from our digital friends. Und darüber habe ich mir in den letzten Jahren viele Gedanken gemacht. Wann können wir, unter welchen Umständen können wir uns unterstützen lassen in Entscheidungen, die wir treffen müssen und wann nicht. Und dazu muss natürlich die erste Frage sein, das ist ja ein akademischer Vortrag, müssen wir erstmal definieren, was ist denn eine Entscheidung? Und das macht sich die Informatikerin natürlich ganz leicht. Naja, eine Entscheidung ist einfach nur eine Zahl. Da mögen jetzt nicht alle zustimmen, dass das tatsächlich eine Zahl ist. Aber im Wesentlichen, wenn ich eine beschränkte Anzahl von Entscheidungsmöglichkeiten habe, dann kann ich die als Zahlen repräsentieren. Und das heißt, der Computer berechnet die Zahl und damit ist dann eben eine Entscheidung gemeint. So, dass Computer Zahlen berechnen können, ist jetzt nicht wirklich neu. Wenn die mit Entscheidungen verbunden sind, dann muss man sich natürlich fragen, ob Computer Entscheidungen treffen können und ob sie es sollten. In den letzten Jahren habe ich mir dabei viel Gedanken darüber gemacht, wie wir diese Menge an riesigen Entscheidungsmöglichkeiten, wie wir die einmal kategorisieren können, sodass das nicht mehr so überwältigend ist. Und es hat sich als hilfreich herausgestellt, genau vier Entscheidungssituationen zu unterscheiden. Das sind auf der einen Seite die sogenannten faktischen Entscheidungen. Dann haben wir Vorhersagen. Wir haben Werturteile oder Judgements im Englischen. Und wir haben singuläre Entscheidungen. Was meine ich damit? Naja, ein Fakt ist etwas, wo wir uns intersubjektiv einig sein sollten, wo insbesondere Experten und Expertinnen sich einig sein sollten. Es sollte auch einen Verifikationsprozess geben. Das heißt, wenn ich die Maschine hier frage, bitte berechne mir diesen Fakt, sollte es einen zweiten Weg geben, mit dem ich das überprüfen kann. In diesem Schema sind jetzt Vorhersagen für mich einfach zukünftige Fakten. Wurde ein Mitarbeiter eingestellt, wird er sich gut einfühlen? Das kann man dann eben in zwei Jahren merken, ob der gut zur Firma gepasst hat oder nicht. So, Werturteile, das ist eine ganz interessante Kategorie von Entscheidungen. Und die Charakterisierung, die habe ich einem Buch entlehnt von Kahnemann, Siboni und Sunstein. Die haben ein Buch darüber geschrieben, wie stark verrauscht menschliche Entscheidungen sind, insbesondere wenn es um Zahlen geht. Also zum Beispiel bei Versicherungen, wenn eine Versicherungssumme festgelegt werden soll, wie stark verrauschen die Ergebnisse da, wie stark ist die Verteilung. Und die haben diese Entscheidungssituation charakterisiert als, Experten dürfen nicht beliebig uneinig sein. Und das finde ich sehr interessant. Wenn sich Experten also einig sein müssten, dann wären wir wieder bei den Fakten. Wenn sie sich gar nicht einig sein müssten, dann wären wir bei Meinungen. Und Werturteile, das sind also diejenigen Entscheidungssituationen, wo man verschiedene Qualitäten benennen muss, wo man diese Qualitäten dann bewerten muss. Wie stark werden die erreicht? Und wo man die miteinander, gegeneinander abwägen muss, um zu einem Urteil zu kommen. Und Werturteile sind damit zum Beispiel Noten, die wir für unsere Studierenden geben. Na und dann gibt es auch singuläre Entscheidungen. Das sind Entscheidungen, die historisch nur wenige Vorläufer haben. Zum Beispiel wurde die TU Kaiserslautern gerade mit dem Campus in Landau zusammengelegt, zur Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität, RPTU. Und da mussten ganz viele Entscheidungen getroffen werden, für die es historisch nur wenige Vorläufer gibt. Das ist also auch eine Entscheidungskategorie. Und jetzt kann man sich eben fragen, inwieweit kann KI uns da helfen? Inwieweit kann ChatGPT uns helfen? Ja, und das wurde gerade eben schon in der Moderation deutlich. Wenn man das so allgemein fragt, kann die KI faktische Entscheidungen treffen? Dann ist das eine so oberflächliche Frage, dass das nicht funktionieren kann. Das ist ein bisschen so, wie wenn man auf eine Baustelle ginge und die Schaufel, die Schubkarre und den Kran zusammenfasst unter künstliche Kraft und dann fragt, ob die künstliche Kraft uns eine Treppe bauen kann. Deswegen ist es immer wichtig, dass wir unsere Probleme erst einmal klar formulieren. Und dann kann man auch versuchen zu bewerten, ob eine bestimmte Technologie helfen kann oder nicht. Und das möchte ich jetzt an einem simplen Beispiel mal mit Ihnen durchgehen, weil mir da etwas aufgefallen ist. Wir können uns zum Beispiel fragen, ob ChatGPT 3.5 schriftlich multiplizieren kann. Das ist eine spezifische Formulierung. Und dann kann man ChatGPT Aufgaben stellen. Bitte zeig mir doch die schriftliche Multiplikation von 13 mal 25. Und dann sieht man hier in der Antwort, die ChatGPT geschrieben hat, macht es das ganz richtig. You multiply 13 by 5, which gives you 65. Then you multiply 13 by 2, which gives you 26. But you shifted one place to the left. Und dann addiert man das. Und das zeigt er mir dann auch an. Und alles stimmt. Es ist genau so gemacht, wie die Maschine es gesagt hat. Und das Ergebnis stimmt auch. Wenn man das jetzt mit größeren Zahlen probiert, dann sieht das in der schriftlichen Beschreibung immer noch ganz gut aus. Das Ergebnis ist auch korrekt. Also erstmal hat man das Gefühl, Maschine kann das. Und dann guckt man sich an, wie die schriftliche Multiplikation aussieht. Und dann ist da ein Fehler drin. Also da wird jetzt in der letzten Reihe, aus welchen Gründen auch immer, nur mit 1111 soll drauf addiert werden. Und jetzt ist die Antwort auch in sich inkonsistent. Also die Summe, die da unten steht, ist die Originalsumme, die tatsächlich korrekt wäre. Das, was da steht, ist falsch. Und die Summe gehört nicht zu dem, was da steht. Und ich habe dieses Beispiel in Foren eingebracht und war immer wieder erstaunt, dass die Leute mit zwei unterschiedlichen Perspektiven an solcher Art von Ergebnissen drangehen. Die erste Perspektive ist, ah, ist doch gar kein Problem. Die Maschine kennt die Prozedur. Das hat sie mir ja erklärt, wie das geht. Die hat sich nur verrechnet. Und wenn man aus dieser Perspektive drauf sieht, dann sagt man also, die Maschine kann im Prinzip multiplizieren. Die braucht halt nur mehr Training oder besseres Training. Das ist nicht die Technologie-Perspektive. Also meine Perspektive ist, da ist ein falsches Resultat. Dann gucke ich mir an, wie Sprachmodelle überhaupt erstellt werden, gucke mir die Technologie an und sage, ja, das wundert mich auch nicht, dass das ein falsches Resultat ist. Weil mit dieser Art von Technologie wird gelernt, in welchem Kontext welche Wörter mit welcher Wahrscheinlichkeit vorkommen. Diese Maschine kann, wenn sie ganz viele Texte gelesen hat, daraus nicht die Prozedur des schriftlichen Multiplizierens für sich lernen. Sie kann sie aber strukturell nachahmen. So, das heißt, klar, es gibt manche Resultate, die sind dann korrekt, die sind eben aus den Trainingsdaten bekannt. Das ist also anekdotisch korrekt oder auswendig gelernt korrekt. Aber mehr Beispiele werden hier nicht fundamental weiterhelfen, es für beliebig große Zahlen zu können, weil der Prozess nicht gelernt werden kann, wie man eben schriftlich multipliziert. Das heißt, als Informatikerin muss ich hier ganz klar sagen, LLMs können nicht multiplizieren. Und ich dachte eigentlich, dass diese Weltsicht universell ist und war sehr verwirrt, dass andere eben sagen, das macht doch nichts, die Maschine kennt ja die Prozedur, hat sich nur verrechnet. Ich dachte, ich glaube, ich weiß, was hier passiert. Denn wenn ich natürlich meinem neunjährigen Sohn, der im Moment gerade genau die schriftliche Multiplikation lernt, über die Schulter gucke und sehe, dass das Resultat nicht stimmt, dann prüfe ich als erstes, ob er verstanden hat, wie die Prozedur funktioniert. Und solange er mir die erklären kann, können wir gemeinsam draufgucken und sehen dann, dreimal fünf ist eben nicht zwölf, sondern 15. Und er braucht einfach noch einmal das kleine Einmaleins, aber die Prozedur an sich stimmt. Das heißt, die erste Fraktion beurteilt die Maschine, so wie man einen Menschen beurteilen würde. Wenn die Prozedur erklärt werden kann, hat der Mensch eigentlich verstanden, worum es geht und hat nur bei der Ausführung kleinere Fehler gemacht. Naja, und das ist eben nicht das, wie wir als Erbauer von diesen Technologien herangehen. Eine technologiebasierte Beurteilung, da beurteilen wir Algorithmen und Software nach den wenigen Fehlern, die wir finden. Und unser Urteil gegenüber jemandem, der programmiert, ist dann immer, ein einziges Fehlresultat ist völlig ausreichend, um zu zeigen, dass die Maschine das nicht kann, dass die Prozedur, die ihm gegeben wurde, falsch ist. Also es ist eine prinzipielle Fehlfunktionalität. Und prinzipiell heißt dann nicht, dass nicht manchmal die Maschine mit der fehlerhaften Prozedur das auch mal richtig hinkriegt. Es heißt, es ist nicht zuverlässig für alle Fälle und in den meisten Fällen ist eben auch unbekannt, in welchen Fällen es zuverlässig ist und wo nicht. Das heißt, als Informatikerin kann ich nur zu dem Schluss kommen, ChatGPT kann nicht multiplizieren, auch wenn es das in einzelnen Fällen hinkriegt. Und Sie sehen, im Hintergrund mit Journey kann ChatGPT nicht schreiben und Multiplation ist auch nur höchstens eine Annäherung an Multiplikation. Also ChatGPT kann nicht multiplizieren im zuverlässigen Sinne. Und damit sind eigentlich drei der vier Entscheidungssituationen auch schon raus. Singuläre Entscheidungen, das sind solche, wo es keine große historische Datenbasis gibt. Da kann uns ChatGPT nicht helfen, da kann uns KI nicht helfen, weil maschinelles Lernen immer viele Beispiele benötigt. Faktische Entscheidungen ist etwas, was ChatGPT nicht kann. Das ist den meisten auch bewusst und deswegen ist es so interessant, wenn es dann diesen psychologischen Glitch gibt, aber multiplizieren kann es doch, weil das zeigt es doch schon mal bei den kleinen Beispielen. Nein, faktische Entscheidungen können mit ChatGPT nicht gemacht werden, nicht zuverlässig gemacht werden und damit sind auch Vorhersagen raus, die ich charakterisiert hatte als zukünftige Fakten. Aber was ist mit diesen Werturteilen? Kann uns die Maschine nicht vielleicht doch helfen, zum Beispiel bei der Bewertung von Seminararbeiten oder Klausuren? Denn immerhin sehen diese Texte doch jetzt wirklich so aus, als könnte die Maschine das tun. Dazu ist es instruktiv, sich anzugucken, wie wir als Menschen eine Bewertung machen und wie die Maschine das tut. Also, wenn ich eine Klausur ausgebe, wenn ich Seminararbeiten ausgebe, dann habe ich natürlich im Vorhinein eine Idee, welche Kompetenzen ich abfragen will, welche Aspekte mir wichtig sind. Ich sammle dann aber, sobald ich die Seminararbeiten habe, sammle ich die Daten, gucke mir an, was die Studierenden wirklich jetzt geschrieben haben, werde dann festzurren, was die relevanten Aspekte sind, werde festlegen, wie ich diese Qualitäten der einzelnen Aspekte dann messe und auf welchem Punkt der Skala der Student, die Studentin dann ist. Dann habe ich ja meistens eine hohe Qualität in meinem Bereich, eine mittlere in einem anderen. Das heißt, ich muss diese verschiedenen Qualitäten dann auch noch miteinander gewichten, um zu meinem Urteil zu kommen. Und dieser gesamte Prozess ist Teil meiner Begründung. Das heißt, ich kann begründen, wie ich auf meine Note komme. Bei der Maschine ist das tatsächlich ganz anders. Ein Mensch entscheidet, welche Modellarchitektur, welches statistische Modell verwendet wird. Dann werden sehr viele Texte gesammelt. Bei GPT sind das ja auch Texte aus ganz vielen verschiedenen Situationen. Die kommen teilweise aus Foren, sind von sehr geringer Qualität, sind teilweise von sehr guter Qualität. Man könnte hier jetzt natürlich nachtrainieren mit Seminararbeiten und Bewertungen, aber im Moment ist das nicht der Fall. Dann werden die Maschinen darauf trainiert, zu verstehen, in welchem Kontext welches Wort am wahrscheinlichsten ist. Lernen also die Gewichte, um genau das zu tun, zu wissen, mit welcher Wahrscheinlichkeit in welchem Kontext ein Wort stecken soll. Damit generieren sie dann einen Text. Und ganz prinzipiell, basierend auf dieser Technologie, ist keine Begründung möglich, warum dieser Text jetzt generiert wurde. Die Maschine kann Ihnen zwar eine Begründung schreiben, aber das simuliert nur eine Begründung. Es ist keine echte Begründung, weil es nicht dem Prozess nachgeht. Die echte Begründung müsste heißen, das ist das, was passiert ist. Jemand hat eine Modellarchitektur gewählt, ich wurde trainiert. Also, was ist das spezifisch-menschliche? Wir legen die Aspekte fest, nach denen wir die Qualität beurteilen wollen, wir wägen die gegeneinander ab und wir können diesen Prozess begründen. Warum fühlt es sich dann so sehr so an, als würde die Maschine uns tatsächlich eine Begründung geben können, denn das haben wir sicherlich alle schon einmal probiert, dass sie das kann. Das ist etwas zutiefst Menschliches. Also, wir müssen erst einmal verstehen, technologisch, was tut das Modell? Sprachmodelle lernen Textstrukturen und sie haben einen Aufmerksamkeitsmechanismus, der lernt so etwas wie, wenn Wörter XYZ hier sind, dann wird vermutlich das Wort A stehen oder es könnte auch das Wort B sein und sehr unwahrscheinlich ist es das Wort C. Dadurch entstehen insbesondere in sich konsistente Texte. Zum Beispiel bei Zusammenfassung hat die Maschine gelernt, eine Zusammenfassung beginnt mit dieser Struktur, in diesem Text geht es um. Auch eine Bewertung wird oftmals in sich konsistent sein. Das heißt, wenn die Maschine mit Wörtern anfängt, die wir als positiv empfinden, wird der untere Teil der Bewertung auch mit Wörtern gefüllt sein, die wir als positiv empfinden. Also Konsistenz und Struktur hat die Maschine gelernt. Die generierten Texte werden jetzt aber nur assoziiert zum vorliegenden Text, zum zu bewertenden Text. Und dann kann es tatsächlich passieren, dass die Bewertung der Maschine gar nicht so schlecht ist und man sagt sich dann, aber das ist doch wirklich eine sehr gute Arbeit und die Maschine hat das doch auch wirklich sehr gut bewertet. Und das kann deswegen passieren, weil es oftmals Korrelationen gibt zwischen einer guten Struktur und einem guten Inhalt und einer schlechten Struktur und einem schlechten Inhalt. Solange es also diese Korrelation zwischen Struktur und inhaltlicher Qualität gibt, dann kann die Maschine das Lernen und wird auf einen guten strukturellen Text eine gute Bewertung assoziieren und dann haben wir das Gefühl, das hat geklappt. Dann kann also auch Note und Qualität des Textes zusammenfallen. Aber Vorsicht, wir wissen nicht, wann das nicht der Fall ist. Wenn wir einen brillanten Studenten haben, der aus dem Ausland kommt, dessen Muttersprache nicht Deutsch ist, der inhaltlich brillant argumentiert, der sich mit den Strukturen, Formen aber noch nicht so gut auskennt, genau an diesen Stellen könnte die Korrelation dann auseinanderfallen. Dann lernt die Maschine natürlich auch einfach die häufigsten Bewertungen. Ich habe gerade eine Einleitung für ein neues Buch hineingegeben mit der Bitte um Verbesserung. Bei jedem Absatz hieß es, schreibt kürzer und prägnanter meine schöne zweiseitige Einleitung mit ein paar persönlichen Anekdoten zusammengeschnurrt auf eine Dreiviertelseite, die jeglichen Charme verloren hatte. Das heißt, es ist eine Art Wahrsage mit Allgemeinplätzen, die oft stimmen. Und das ist psychologisch so, dass es uns oft zufriedenstellt. Denn eigentlich würden wir das so gerne haben. Wir hätten so gerne KI-Systeme, die uns helfen können, diesen mühsamen Job der Bewertung, der Beurteilung abzunehmen. Dann helfen Confirmation Bias, wir lesen die Teile des Feedbacks der Bewertung, die passend sind und wir ignorieren den restlichen Teil, um kognitive Dissonanz zu vermeiden. Eine mitgelieferte Erklärung durch die LLMs, was sie da getan hat, beweist halt nicht, dass sie wissen, wie man etwas tut, sondern nur, dass sie die strukturelle Form einer Erklärung kennt. Und diesen Zusammenhang, den hat Jan-Georg Schneider, ein Kollege aus Landau, dem ich schon lange zusammenarbeite, sehr schön zusammengefasst unter dem Begriff intelligible Texture. eine Textur ist etwas, das als Text gelesen werden kann. Intelligibel heißt, dass wir die Intelligenz hineinstecken bei der Interpretation des Gesagten und ich kann den Text von ihm, den ich hier verlinkt habe, sehr empfehlen. Also das heißt, Sprachmodelle können nicht beurteilen, aber sie können Texte schreiben, die so aussehen und wer das gerne nochmal im Detail nachlesen will, das habe ich ausgearbeitet in meinem letzten Buch. Also insofern tut es mir leid, aber ChatGPT kann keine dieser vier Entscheidungssituationen wirklich helfen. Davon bin ich heute überzeugt, aber das heißt natürlich nicht, dass es uns gar nicht hilft. Ich glaube, was wir jetzt brauchen ist vor allen Dingen neue Wörter und ich habe gedacht, ich meine, Sprachmodifikationen kommen nie gut an, aber wir sind in den Universitäten jetzt ja fast durch mit dem Thema Gender, da können wir uns doch nochmal über was Neues streiten. Ich glaube, dass wir neue Wörter brauchen für das, was so aussieht, wie menschliche Tätigkeiten es aber inhaltlich noch nicht ganz trifft und ich schlage in der schriftlichen Form vor, dass wir das Tilde-Zeichen verwenden, also Tilde-Feedback, Tilde-Zusammenfassen, Tilde-Vergleichen, denn die Tilde steht in der Informatik und in den Naturwissenschaften oft für eine Annäherung, eine Approximation. In der Lautsprache müssen wir dafür vielleicht Klick- oder Schnalzlaute dazufügen, Feedback, zusammenfassen, vergleichen. Ich weiß es nicht, darüber dürfen sich die Sprachwissenschaftler machen, aber ich glaube, dass wir neue Wörter brauchen, denn nur wer sprachlich differenzieren kann, kann die Technologie auch bestmöglich nutzen. Was brauchen wir noch? Wir brauchen also eine klare Kommunikation darüber, was LLMs können und was sie nicht können, wenn wir als Lehrende an den Universitäten immer noch davon sprechen, GPT ja helfen kann, Texte zu vergleichen oder zusammenzufassen, dann prägen wir eine ganze Generation mit dieser falschen Vorstellung dessen, was die Technologie heute kann. Ich glaube doch, dass wir Aufklärung brauchen für Bürgerinnen und Bürger, sie brauchen allgemeine Kenntnisse der Informatik und der Datenwissenschaften, denn die neuen Chat-GPT-Modelle, die können auch direkt Code erstellen und die könnten dann auch die Multiplikationsaufgabe lösen, weil die Zahlen übergeben werden an den Code und Python kann natürlich multiplizieren, aber ob die richtigen Zahlen übergeben wurden und ob die Formel stimmt, dazu braucht man eine Lesefähigkeit von Python-Code, also ich glaube, da müssen wir jetzt wirklich ran und das fordern wir schon lange, dass es mehr Informatikkenntnisse geben muss, aber jetzt, spätestens jetzt ist wirklich der Zeitpunkt, wo wir das brauchen. Wir brauchen also eine Nutzung dort, wo Nutzung sinnvoll und zuverlässig ist oder wo die Zuverlässigkeit vielleicht gar nicht so wichtig ist, weil wir als Mensch noch drüber gucken. Wie könnte also die Zukunft aussehen? Textentwürfe und Textverbesserung ist sicher etwas, was wir unseren Studierenden empfehlen sollen und was wir sicherlich auch alle schon mehr oder weniger machen. Ich nutze die Maschine manchmal als Dialogpartner, als Assoziationspartner zum Ordnen von eigenen Gedanken, suche nach Begriffen per Assoziation, wie hieß das nochmal, aber ich weiß doch noch, in welchem Zusammenhang das war, dafür sind diese Assoziationsmaschinen wunderbar geeignet, Vorschläge für Coding, wenn man Code lesen kann, wenn man das direkt ausprobieren kann, ob das tut oder nicht, dann ist das eine prima Sache. Ich persönlich freue mich auf den persönlichen Assistenten, die zum Beispiel Notizen, Gedanken digital archivieren und dann assoziativ verarbeiten, aber ich würde mich nicht darauf verlassen, dass sie sie zusammenfassen können. Und eine ganz große Hoffnung liegt auf der Bürokratieerleichterung, denn wir haben ja nicht nur Chat-GPT, sondern auch Bilderkennung und alles andere. Das heißt, ich hoffe auf echte automatische Terminvergaben, nicht nur geteilte Kalender und auch automatische Absagen per E-Mail wäre für mich persönlich im Moment echt hilfreich. Und mein Lieblings-Gadget wäre das folgende, ich hätte gerne einen Scanner, wo ich sechs Monate Reisequittung einfach draufschmeiße und die Bilderkennung sieht das Datum und die erkennt auch, ob das eine Hotelrechnung ist oder nicht. Und ich hoffe sehr auf nie wieder Reisekostenformulare. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Katharina. Ja, wir haben noch Zeit für Fragen. Vier Minuten. Lass uns beeilen, dann schaffen wir möglichst viele. Ich versuche nicht mal hier durchzuarbeiten durch den Chat, weil da ist einiges eingetrudelt. Leider höre ich Sie nicht. Wie bitte? Ach, Sie hören mich nicht. Du hörst mich nicht? Kurzer Blick zur Technik. Und sobald, Katharina, du mich hörst, nicke gerne. Nein? Wer die Technik daran arbeitet, passend zum Thema, erst mal vielen Dank für die Geduld. Wir hatten wohl auch Tonprobleme. Wir arbeiten dran. Vor dem nächsten Talk versuchen wir nochmal die Systeme zu resetten und hoffen, dass es dann flutscht. Und den Talk gibt es natürlich auch aufgezeichnet im Anschluss hochgeladen in ein paar Tagen oder spätestens zwei Wochen. Also wer nochmal nachschauen möchte, unbedingt. Katharina, hörst du mich jetzt? Nicke kurz. Wunderbar. Also großes Interesse und auch viel los in den Kommentaren. Ich versuche es schnell zu machen, Katharina. Ein Beitrag von Andreas Giesbert. Ich frage mich, ob es nicht tatsächlich Emergenz geben kann, in der quantitatives Training einen qualitativen Umschlag bewirkt. Also, dass sich das neuronale Netz so konfiguriert, dass es doch die Struktur hinter der Multiplikation erlernt, in Anführungszeichen. Genau, also das ist natürlich die große Frage. Jetzt gibt es diese Emergentisten, die sagen, aber da ist doch etwas, da ist doch mehr als vorher. Ich halte es damit Occams Rasiermesser. Wir sollten das erst annehmen, wenn es dafür wirklich den, oder wenn es dafür wirklich Anzeichen gibt, sodass wir das annehmen müssen. Rein von der Technologie her ist es nicht wahrscheinlich, dass diese Technologie den Qualitätssprung erzeugen kann, sondern es ist sehr wahrscheinlich, dass wir dazu andere Architekturen brauchen. Ich lese gerade ein Buch von Max Bennett, A Brief History of Intelligence, das genau versucht zu sagen, was sind die Gehirnstrukturen, die wir brauchen würden, um diesen Schritt zu machen. Und das sind doch ganz andere Strukturen, die wir da benötigen. Damit haben wir auch schon einen zweiten Kommentar mit beantwortet. Anschließend dazu von Cornelia Raue, die wir auch gestern hier auf der Bühne hatten. Wunderbar. Bald wird die KI generierte Texte bewerten. Ist KI selbstkritisch? Nein, hat kein Bewusstsein, kann nicht selbstkritisch sein. Aber sie wird es Ihnen erzählen. Also wenn Sie sie fragen, dann wird sie sagen, ja, da hast du recht, das hätte ich kritischer beurteilen sollen. Und dann, ich glaube, das hast du nebenbei auch erwähnt. Andreas Giesbert schreibt, nur es gibt natürlich einen ganz einfachen, praktischen Kniff. Wirklich rechnen kann ChatGPT nämlich ab dem Moment, wo es den Input einfach an Wolfram Alpha weitergibt. Da sehe ich nicken. Ich glaube, dass es damit beantwortet. Das war einfach nur ein guter Beitrag. Dann Kasper Mers fragt, dass Sie hier noch von ChatGPT 3.5 ausgehen. Wie bewerten Sie die Weiterentwicklung der Modelle? Heißt es nicht eher, kann ChatGPT noch nicht? Oder werden Large Language Models dies Ihrer Meinung nach niemals können? Also meiner Meinung nach kann mit dieser Art von Technologie, also dem statistischen Lernen, in welchem Kontext welche Wörter verwendet werden, genau diese höheren Strukturen nicht gelernt werden. Ach, das Internet ist am anderen Ende weg. Okay, das heißt, Katharina ist leider für uns eingefroren, aber der Chat hört mich zumindest noch. Wir geben dem Ganzen mal noch drei Sekunden und hoffen, dass sie gleich wieder da ist, weil es gab noch zwei spannende Beiträge. Ansonsten schaue ich mal spontan hier rüber zu meinem Festivalleiter. Sebastian, wir haben bestimmt noch weitere spannende... Ah, Sebastian hat die Kopfhörer drin im Chat, er hört mich nicht, schade. Na gut, dann sind wir auch schon zeitlich am Ende der Slots angekommen. Ich würde sagen, der Talk landet auf jeden Fall im Netz, weil es stößt auf sehr großes Interesse. Das heißt, wer ihn noch mal im Nachgang anschauen will, kann das machen. Er geht raus mit allem Material, natürlich auf den UF-YouTube-Kanal. Wir sind hier wieder... Ah, Katharina, du bist wieder da. Du warst kurz eingefroren. Okay, wir hängen 60 Sekunden spontan dran. Zwei schnelle Fragen, Katharina, weil jetzt kommen wir nämlich zur... Die Antwort auf die vorherige Frage, wenn du die noch einmal wiederholen magst. Sagst du die Frage noch mal? Guter Punkt. Jetzt bin ich nämlich hier auch schon... Genau, wird mit neuen Modellen alles besser. Genau, also solange wir wirklich nur in der Technologie sind, dass wir Statistik lernen. Kontext sagt, welches Wort wie wahrscheinlich ist als nächstes. Werden wir nicht höhere kognitive Fähigkeiten sehen? Da bin ich im Moment sehr stark von überzeugt. Eine ganz schnelle Frage, weil sie ist natürlich essentiell. Sehr interessante Eingrenzung von dem, was Chat-GPT kann beziehungsweise nicht kann. Spannend wäre, herauszuarbeiten, welche Arbeitsschritte von KI übernommen werden können und wie der Umgang mit KI gelernt und gelehrt werden kann. Gerade der letzte Satz. Ich glaube, das ist das Entscheidendste. Ja, ich denke im Moment viel darüber nach, wo ist die Zuverlässigkeitsgrenze? Wo wollen wir die Flexibilität von Sprachmodellen, die eben keine genauen Anweisungen brauchen, aber dann auch merkwürdig reagieren können? Und wo muss dieser Übergang sein? Und das ist jetzt das Spannende, wenn man dann zum Beispiel sieht, dass Chat-GPT 4 Zahlen übergibt an Python und sagt, schreibt mir den Python-Code und das dann dort gemacht wird. Ich benutze Chat-GPT, um Kontaktinformationen aus E-Mails rauszuholen, denn jeder schreibt seine Straße anders, seinen Ort anders, aber die Maschine hat genügend Orte und Straßen gesehen, um die sehr gut, aber nicht hundertprozentig zuverlässig erkennen zu können. Wir müssen uns also immer fragen, wann brauchen wir etwas Zuverlässiges, dann lieber andere Technologien und wo ist diese Grenze zwischen Unzuverlässigkeit und Zuverlässigkeit und können wir die navigieren? Und ich glaube, dann werden wir sehr gut vorankommen, sowohl an den Universitäten als auch in Deutschland und Europa. Also erst das Definieren der Grenzen und dann schauen, wie wir das weiter lernen können. Vielen Dank, Katharina, dass du mitgemacht hast bei diesem doch holprigen Talk oder holprigen Ritt durch die Technik. Großartig, dich dabei zu haben. Unglaublich relevantes Thema. Und wir melden uns damit hier ab aus dem Stream und sind zurück in, ich glaube, mittlerweile noch sieben Minuten und hoffen, dass bis dahin alle Systemen wieder reibungslos funktionieren. Applaus